Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 4. November mit Zoe Tassovali. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Fast den ganzen Tag berichten wir schon über eine Verfolgungsjagd im Essener Norden. Was wir wissen, ein Mann wurde von der Polizei angehalten, doch zu einer Kontrolle kam es nie. Er floh und seitdem wird nach ihm gesucht. Die Polizisten hatten die Verfolgung in der Straße Schonneberghöfe eigentlich aufgenommen, kamen dann aber an der Ueckendorfer Straße in Katernberg von der Straße ab und krachten in ein Haus. Der Streifenwagen hat einen Totalschaden. Das Haus hat keinen allzu großen Schaden, heißt es von der Polizei auf Radio Essen Nachfrage. Die Polizei sucht nach einem Mercedes. Sie hat schon einige Hinweise bekommen, die werden jetzt geprüft. Bahnfahren ist bei uns in Essen richtig teuer. Tatsächlich gehören die Ticketpreise für die Ruhrbahn zu den teuersten in Deutschland. Das hat eine aktuelle Studie des ADAC herausgefunden. Die Ruhrbahn gehört zum Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, der die Preise festlegt. Insgesamt schneiden alle Verkehrsverbünde in NRW in der Studie schlecht ab. Ein Wochenticket für Erwachsene ist bei uns fast doppelt so teuer wie in München. Der ADAC kritisiert die hohen Preise für den Nahverkehr, deshalb würden viele Menschen weiter lieber mit dem Auto fahren. Die große Mehrheit der Radio-Essen-Hörer, also rund 95 Prozent, die bei unserer Frühschichtfrage abgestimmt haben, finden die Ticketpreise ebenfalls viel zu teuer. Nicht nur die hohen Ticketpreise machen wütend, sondern auch der aktuelle Handyempfang. Vodafone-Kunden in Kettwig haben da nämlich große Probleme. Ein wichtiger Sendemast in der Kettwiger Altstadt ist letzte Woche abgebaut worden. Er stand auf einem Supermarkt. Der Hauseigentümer hat den Vertrag laut Vodafone aber gekündigt, ohne eine andere Lösung abzuwarten. Normalerweise gibt es für solche Fälle einen Notfallcontainer mit einem Sendemast. In der historischen Kettwiger Altstadt sei es aber schwer, einen Standort dafür zu finden, sagt Vodafone. Wie lange das dauert, scheint noch völlig offen. Vodafone bittet seine Kunden, so lange über das Internet zu telefonieren. Das sei in vielen Verträgen kostenlos. Schockmoment heute in Altendorf. Der Lidl-Markt dort musste wegen eines Schwerbrandes geräumt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es hat hinter dem Supermarkt an der Hedenkammstraße gebrannt, in einer großen Papiercontainerpresse. Die Feuerwehr musste den Container von der Fassade wegziehen und ihn ausräumen, um den Brand vollständig zu löschen. Die Filiale bleibt deshalb heute geschlossen und öffnet erst morgen früh wieder. Gute Nachrichten gibt es dagegen aus Steele. Der Weihnachtsmarkt dort hat heute aufgemacht. Er gehört immer zu den ersten Weihnachtsmärkten in Deutschland und ist vermutlich der längste. Insgesamt geht er acht Wochen. Die meisten Besucher freuen sich über ihren ersten Glühwein, auch wenn es draußen rund sechs Grad sind. Also eigentlich so um die null Grad, dann schmeckt der erstmal richtig gut. Wenn das zu warm ist, dann schmeckt der natürlich nicht so gut. Ich kann auch im Sommer Glühwein trinken. Ich bin für alles offen. Glühwein geht grundsätzlich immer. Auch bei 25 Grad, alles gar kein Problem. Ich habe Kinderglühwein getrunken. Schmeckt auch gut. Ein Glühwein kostet in diesem Jahr übrigens 3,50 Euro. Auf dem Weihnachtsmarkt in Steele gelten die 3G-Regeln. Die Veranstalter machen stichprobenartig Kontrollen. Alle Infos zum Steele Weihnachtsmarkt findet ihr wie immer auch auf radioessen.de. Auch aus Kupferdreh gibt es gute Nachrichten. Dort soll es bald einen weiteren Wanderweg geben. Der Verein der Freunde und Förderer des Dahlbachtals hat die Pläne jetzt den Bezirkspolitikern vorgestellt. Die finden die Pläne gut. Der Wanderweg soll Dahlbachsteig heißen und durch das Dahlbachtal führen. Er ist 30 Kilometer lang. Die genaue Route steht auf radioessen.de. Aktuell prüft der Sauerländische Gebirgsverein den Antrag der Kupferdreher und vergibt später den Namen. Das wäre dann der vierte Wandersteig in Essen. Es gibt bereits den Baldeneysteig, den Kettwiger Panoramasteig und geplant ist noch der Zollvereinsteig. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Es ändert sich eigentlich nicht viel im Vergleich zu den letzten Nächten. Es ist meist bewölkt und trocken und die Temperaturen gehen wieder zurück auf rund 5 Grad. Die nächsten Nachrichten aus Essen gibt es bei radioessen wieder morgen früh zu hören, ab 6 Uhr. Euch jetzt allen aber erstmal einen schönen Abend. Bis morgen. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren radioessen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.